Ich muss irgendwo was übersehen haben. Warum solltest du etwas so saublödes tun, Wai? Was zur Hölle ist denn jetzt passiert? Das ist ein Teil von etwas Größerem. Ich habe ein robustes Schuhwerk. Du siehst so schnell, Scheinfleisch. Bin ich froh, wenn das endlich fertig ist. Das Teil ist einfach zu groß und zu schwer. Lasst uns ein wenig Leberklein hacken. Damit bin ich erst mal fertig. Das ist ein wenig Leberklein. Das ist ein wenig Leberklein. Ich schätze niemanden, dass ich das will. Hättet ihr nur auf mich gehört. Wenn ich hinlegen sage, dann meine ich auch wirklich hinlegen. Ihr werdet alle vom Winde verweht.